Zu meiner Hauptmission natürlich. So, hier links. Ich muss irgendwie in dieses Gebäude und nahe bei Bedbug-Signal bleiben. Bricht die Verbindung ab, Geräte vielleicht in Panik. Und das darf nicht passieren. Ja, das sollte auch nicht passieren. Gehen wir wohl doch von vorne ran. Also nochmal schnell umdrehen. Nächste Kamera. Ach ne, wir müssen da rein. Das ist natürlich nicht so toll. Ich verlasse doch gar nicht das Missionsgebiet. Nein! Das ist erstmal hier irgendwie reinkommen. Wo ist denn meine Kamera? Kamera? Hier war doch gerade... Kamera? Kamera? So, da können wir was sprengen. Wie kommen wir da am blödesten rein? Ich glaube, da kommen wir gar nirgends rein. Das sieht nicht gut aus. Erstmal einen Schalldämpfer auspacken. Wie smarter die sind, dass so beschissener sind sie. So, einer noch. Lassen Sie keine Zeugen am Leben. Jetzt mal das Geld mitnehmen. Was können wir denn noch brauchen? Ja? Bist du soweit? Ja. Wo bist du? Na genug. Los. Mein Finger liegt auf der Play-Taste. Für den Fall, dass du mich verarschst. Wenn, wenn die mich schnappen. Er traut dir. Das hast du gesagt. Was ist auf Iraks Etage? Ich weiß es nicht, Mann. Zimmer. Es gibt ein Zimmer, in das Irak niemanden reinlässt. Heute gehst du da rein. Keine Chance. Geht nicht. Hör mal. Das ist so eine Art Sicherheitstür. Kein Problem. Bring dein Handy in die Nähe. Du gehst in das Zimmer. Ich bin kein Spitzel. Ich rede nicht mit Bullen. Gut. Ich bin kein Bulle. So, wo? Hör einfach gut zu und beweg dich, wenn ich es sage. Ich passe auf dich auf. Okay, okay. Erstmal umschauen. Ist da bloß wirklich eine? Und es sind da mehrere. Okay, in den Raum zu kommen wird wohl nicht schwer. Machen wir gleich mal. Na. Kamera. Und in die Kamera. Und in die Kamera. Und in die Kamera. So. Jetzt muss der bloß wieder einmal ums Eck laufen. Bewege. Ich will das nicht tun. Okay, jetzt. Los, los. Jetzt. Los. Ja. Oh, oh, oh. Das ist irre. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Ui. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Du bist ja ein Kind. Grandma sagt, dass ich immer groß für mein Alter war. Ja, ich schleuse ja auch Kinder ein. Da habe ich kein Problem damit. Los, los. Komm von dir. Geh schon. Ich sollte nicht hier sein. Bist du aber jetzt leider. So, erstmal hier umschauen. Das ist es nicht wert. Wo muss ich denn genau hin? Wie komme ich da am dümmsten raus? Das ist echt beschissen hier. Ich will das nicht tun. Okay, erstmal hier hin. Ich sollte nicht hier sein. Bewegung. Okay. Okay, das ist schon mal der erste Schritt. Das ist es nicht wert. So, dann gehen wir dir auf hin. Das ist irre. Wer macht denn das? Vorwärts. Ja, ja. Okay. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Das ist meine Familie. Ganz ruhig da drüben. Muss bloß gucken, ob hier einer kommt. Fuck, Mann. Fuck. Fuck. Fuck, Mann. Fuck. Fuck. Da komme ich ja nicht ran, oder? Ich sollte nicht hier sein. An die Arbeit. Mist, wie komme ich denn hier raus? So nicht. Los, schnell. Fahrwärts. Alles klar. Bewegung. Ja, super. Ich bin da nicht mehr rausgekommen. Hm. Okay, wenigstens wissen wir jetzt, wie wir zumindest mal vorne rankommen. Ah, okay. Wir sind hier wieder. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Das ist meine Familie. Naja, das nicht. Hast du Familie? Ja. Kinder? Nein. Du? Wahrscheinlich. Scheiße, Mann. Bring mich nie zum Lachen. Ja. Könnte schlecht enden. So was verschwende ich meine Zeit nicht. Ich muss jetzt irgendwie das komische Ding hier zukriegen. Und da komme ich nicht mehr hin. Wieso komme ich da denn nicht mehr hin? Okay. Das ist doch doof. Ich muss doch hier irgendwie wieder rauskommen. Auf die Kamera kann ich nicht mehr zugreifen. Okay, jetzt. Ja. Los, los. Ich werde es nicht tun. Die kann ich ja natürlich jetzt nicht mehr aufmachen. Hm. Das ist es nicht wert. Mann. Leck mich. Fuck, Mann. Fuck. Was ist das für ein Scheiß? Bewege. Okay. Ja, natürlich. Warte, bitte. Warte, bitte. Also das Ganze nochmal, ohne dass wir da hinten in den Raum gehen. Sonst haben wir verloren. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Das ist meine Familie. Naja. Dachte ich. Hast du Familie? Kenne? Nein. Wahrscheinlich. Scheiße. Bring mich nie zum Lachen. Ja. Könnte schlecht enden. So, jetzt sind wir hier. Da. Alles klar. Das ist Ehre. Mist. Wir haben hier sonst einen Ficker. Das gibt es doch gar nicht. Blöde Kamerasteuerung. Warum hängst du mit diesen Arschlöchern rum? Das ist meine Familie. Naja. Dachte ich. Hast du Familie? Ja. Kenne? Nein. Du? Wahrscheinlich. Scheiße, Mann. So, los, 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 los. Ja. Könnte schlecht enden. Okay. Ich sollte nicht hier sein. Ja, ich auch nicht. Okay, los. Ich gehe schon. Josh, wer war das? Ich will das nicht tun. Was soll denn das? Los, los. Kopf runter. Jetzt. Los. Das ist irre. Ich bin nicht vom Tiff. Ist mir doch egal. Fuck, Mann. Fuck. Okay, los. Gehst du die Tür? Heftige Schlösser, Mann. Geh nur mal hin und ran. Nur Ira kann da rein, Mann. Warte eine Sekunde. Ich hole kurz deine Kamera. Und jetzt? Der Computer ist da.